Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von The Witcher 3 Blood & Wine, ich bedanke und hier liegt... Du bist nur betrunken, oder? Ja, der zuckt noch. Ich bedanke und hier liegen betrunkene Leute auf der Straße rum. Und es ist unglaublich schön, ich habe mir einen Monitor umgestellt. Das Bild ist jetzt noch mal ein bisschen schöner, weil jetzt... ...sieht der Himmel irgendwie grün aus. Ich denke mir das einfach weiß. So... Dann muss ich in der nächsten Aufnahme nochmal ein bisschen im Monitor rumspielen, weil ich habe es im Innenraum getestet und sah eigentlich ganz alles gut aus. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu dem Grab, von dem Yennefer uns berichtet hat. Wo ist so ein neuer Hexter? Jack... Qua... Was kann ich für dich tun? Holde Maid! Oh, uralte Maid. Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer, so weit im Süden, mit all seinem Ruhm? Mhm. Genau der. Im Süden, mit all seinem Ruhm. Ach, was habe ich nicht schon von dir gehört? Als Meister Ritterspawn in Buclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ähm, ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber, was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Lejoff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Hm, hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein, durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Doch, ach, François ist schon seit zwei Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du... Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht hin. Der Grottore soll in den Höhlen am Fuße der Gorgohausen. So nah war die Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Gute Gesundheit. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. So. Uh. Füße kalt wie Eis. Da gehen wir dann noch nicht hin, weil Füße kalt wie Eis ist Totenkopf mäßig... Äh... Ja. Markiert. Das war das. Ja. Transformation. So. Wir müssen hier oben bleiben. Epona-Platz oder wie hieß das gerade? Hieß das gerade Epona-Platz? Hat hier gerade was... ...gemacht? Ich will wissen, ob das jetzt Epona-Platz hieß. Epona-Platz, wie cool. Kacke. Da ist der Husten wieder. Bähähähähäh. Ja, ich habe auch den Husten. Nicht verarscht. Ach, ist doch schön, mit den NPCs zu reden. Hm. Ist auch eine Mission. Was geht ab? Hätte ich bloß Geld für einen Arzt. Och, ich möchte schlafen. Taverne zum Schlauberger. Hm. Ja, lecker. Schön neben den Eimer gekotzt. Was ein Held. Boah, ist das... Alter Schwede, ist das eklig. Da ist ja... Stimmt denn nicht? Was ist das denn hier für eine Unruhe? Warum tut denn niemand was? Gegen die ganzen Kotzen denn, oder was? Alter, ist das runtergekommen hier. Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexer, Meister? Bin ich. Auftrag habe ich aber keinen gesehen. Macht nichts. Ich erzähle dir, worum es geht. Vielleicht willst du dich ja darum kümmern. Natürlich nicht umsonst. Der Krawall auf dem Friedhof ist das Problem. Die ganze Nacht nur Geschrei und Geschepper. In einer Tour. Kein Auge kriege ich zu. So geht das seit dem Sankt Soat am Tag. Das weiß ich ganz genau. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob! Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Au! Hei! Uuuu! Fiii! Dann krach! Bumm! Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebummst. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Gut. Ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. So. Das werden wir uns später mal angucken. Bis dass der Tod euch scheidet. Ist wahrscheinlich auch ein Hexeauftrag, oder? Och Henny, sei still jetzt. Vor allem, es klingelt gerade alles. Das ist voll anstrengend. Bis dass er... Oh, das könnten wir sogar machen. Aber jetzt gehen wir immer noch erstmal zum... Dings. Friedhof. Lassen wir die da drin alle noch ein bisschen alles vollkotzen. Jetzt gehen wir erst noch zu dem Friedhof wegen des Grabs. Die Gier nach Geld ist die Wurzeln allen übeln. So. Zeit zu sterben. Dann können wir uns erstmal um die Ertrunkenen hier. Hm. Hey. Hatten wir nicht eigentlich auch einen Zauber, der uns irgendwie heilt? Die chinesische Rückwelle? Ne. Nur das Schutzschild. Uh. Ein Schatz. Oh, durchwechter Briefer zieht der Schlüssel. Ähm. Der Brief ist durchweicht und fällt auseinander. Er ist kaum leserlich. Bruce. Mach keine Dummheiten. Ich weiß, dass du Selina zusammen mit den... ...Resten unserer letzten Beute auf dem Friedhof von Brossard begraben hast. Denk daran, dass ein Teil davon uns zusteht. Sei kein Idiot. Wir wissen alle, dass du ihr Liebhaber warst. Aber ich erinnere mich daran, dass sie außerdem unsere Anführerin war. Das ist es, was zählt. Wir haben unseren Anteil vom Überfall auf Mattenbergs Laden bis heute nicht gesehen. Selina, damit zu begraben, ist eine Sauerei. Die Schätze gehören uns allen. Treffen wir uns und teilen alles gerecht auf. Danach kannst du dich im See ertränken. Oder an einem Ast deiner Wahl erhängen. Robin. Spitzackel, Bleikopf. Nehmen wir erstmal mit. So. Pierre vielleicht und Alexandra... Alexandra mag sein. Kannten sich kaum. Liebten sich umso tiefer. Dieses ekelige fliegende Brumme. Prinzessin aus einem fernen Land jenseits des Meeres. Martin... Stab an eigenen Ambitionen. Das ist das Grab. Ne. Murenes. Ah. Patrick Muniz. Quetschte sich... Ach, quatschte sich im Kopf und Kragen. Und liegt nun hier in meinem Garten. Fehlübersetzung, Missverständnis und Glück. Ne. Das ist natürlich eine blöde Todesursache. Mord. Vorsitzender Baden-Bundes von blablabla. Philipp Trieserand. Sammler von Hexerschwertern. Er hatte nur eins. Aber er hat sich wirklich bemüht. Ich habe auch eins. Ich habe eigentlich ganz viele. Thomas... Moran. Professor. Auf... Auf Elfisch. Erlösung liegt nicht in Dolmette, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Ehren. Verdammt. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Fußspuren. Schmal und flach. Jemand kleines, leichtes. Vielleicht eine Frau? Mal sehen, wohin die wohl fühlen. So, da sind sie wieder. Verdammt. Die Spur ist weg. Ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Hm. Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Hm. Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Yen geschickt hat, muss reichen. In der Anschrift wurden Eliren und Dolnefte. Das Tal der Neuen erwähnt. Jetzt ziehe du die Karte von Yenne fahren. Okay. Ich bemühe mich, ähm, Inventar. Äh. So, noch ein weiter, genau. So. Questgegenstände. Okay. Das ist die Karte. Brief von Yennefer. Hm. Briefe bei Yennefer. Hm. Der auf der Karte markierte Ort ist jetzt überblutet. Der Sans-Retour fließt hier durch. Dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben. Ich muss mich umsehen. Dann gehen wir da mal hin. Ja, und ich habe wörtlich, meine ich... Ach Gott, ist das immer noch schön. Es ist einfach wunderhübsch hier. Diese Berge, da sehen sie richtig interessant aus. Diese Weinberge. äh... riesiges Wein anwesen. Du hast schreckst meine Kinder. Gar nicht wahr, die finden mich cool. Oh, du kannst schweben. Geiler Typ. So. Hier. Ketschen, ketschen, ketschen. Ketschen, ketschen, ketschen. Ballgard anwesen. Alter, das ist hier richtig was los. Wow. Das habt ihr nicht gesehen. Der Kater ist hier gerade über den Tisch gesprungen. Neue Markierung. Monsterüberfall auf Weingütern. Was? Äh... Wegpunkt platzieren. Da muss... Och ne. Au. Soll ich noch machen. Okay. Das ist nicht ohne die Viecher. Das ist nicht ohne die Viecher. So. Schweibe. Rüstung. Und Igni. Boah, die Viecher sind doch die Hölle. So, rein damit. Ah, wie verätzt der Boden hier aussieht. Hier sind auch so die schlimmsten Gegner, wie ich finde. Dieses scheiß Käfer. Und dann gibt es ja noch mal eine Nummer größer welche. Alter Schwede. Aber schön, dass ihr jetzt weiß, dass es Monsterüberfall auf Weingütern gibt. Ja, gerne, gerne. Das kann ich ja nicht mit ansehen. Ja. Jetzt musst du nur noch die Hand zum Kuss ausstrecken, deinen Hintern heben und dich auf ein weiches Kissen setzen. Was soll das... W... Hä? So. Erstmal die Getränke wieder voll gemacht. Gesundheit und weiter geht's. Queen. Sieh. 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 Das ist ganz schlimm. Ich hab noch diese Steuerung von Dings drin. Angriffe und so angeht von Dark Souls. Komischen Käferviecher. Okay, hier ist eine Höhle. Da wollen wir jetzt aber nicht rein. Cool, mitten am Tag, hier draußen. Ah, das ist der Friedhof, wo wir uns treffen sollen. Aber wir gehen jetzt erstmal die Sache mit Yen. Ey, dieser Fluss ist auch echt so voll süß, die Brücke. Hm, Bärchen. Der war groß. Und leveltechnisch mir auch überlegen. So, irgendwo da im Wasser soll dann... Das ist hier so eine ekelige Pflanze. Suche in den überfluteten Rhin im Tal, der Neuen zum Labor. Den Eingang zum Labor. So, das ist noch ein Arschvoller Trunk, ne? So, das sieht doch ganz gut aus. Okay, wir müssen jetzt mal auftauchen. So. Und dann können wir da unten mal die Scheiße alles leer räumen. Ich glaube es ist auch nicht der richtige Eingang, aber Elfenwettstein. Oh, eine rote Truhe. Oh, da wird ein Schlüssel für benötigt. Na, dreh um, da ist noch eine Truhe. Drachenschuppen, Entfärber, bla bla bla. Auftauchen. Ich habe das Gefühl begreift, dass ich ganz so schnell wieder drauf drücken. Okay, da hinten ist irgendwie ein Fragezeichen. Okay, da ist hier nur noch eine verschlossene Truhe. Wo wir irgendwann mal nochmal hin müssen. So, da vorne haben wir nochmal einen Ertrunkenen und müssen dann hier vorne immer noch die Eingang suchen. Und dann können wir das noch mal hin. Und dann können wir das noch mal hin. Und dann können wir das noch mal hin. so erstmal ein bisschen luft holen das ist eine scheiß schöne gegend hier das ist bestimmt der eingang ein fucking portal das ist ja natürlich super der grabräuber muss was in moros gab gefunden haben das eingangs portal aktiviert wurde mal sehen was uns hier erwartet transformation aktualisiert ok oh kupfererz stumpf wachst ganz viel komisches werkzeug doch toll spiel speichern können wir nicht einfach runterhüpfen anscheinend treibt sich hier außer mir noch jemand rum jemand schmal ist da komm ich auf keinen fall durch ich muss außen herum anscheinend treibt sich hier außer mir noch jemand rum jemand schmal ist da komm ich auf keinen fall durch ich muss außen herum anscheinend treibt sich hier außer mir noch jemand rum ja ich wollte nicht hundertmal da drauf klicken so erz 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 die Szene ist okay hier sind wir da auch runter so das zeug rein ich sehe nichts oh ich sehe nichts oh Geister. Oh, das waren die Statuen, die außen standen. Alles klar. So, Waffen-Reparatur-Set. Waffen-Reparatur-Set. Oh, wir haben nur eins. Ah, Meister-Waffen-Reparatur-Set. Plong. Queen. Okay, Statue, da kann man runterhüpfen. Und hier muss man runterhüpfen. Und hier kann man drüberhüpfen. Eine Truhe, eine Truhe. Erz, 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 Erz. Und Barren. Noch mal Erz. Was? Das haben wir kein rohes Fleisch gerade rausgeholt, oder? Ich habe viel zu schnell geklickt wieder. Fuck. So. Voll durchgequetscht. Blutmoos. Blut getrennt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Pantern entkommen. Okay, ist da draußen also rumgeklettert und hier rein. Alles klar. So, hoch hier, Gerald. Wir müssen hier lang. Hm. Sehr viel Erz ist hier. Oh. Professor Moran's Tagebuch. Lesen. So. Und hier sind wir dann leider am Ende der heutigen Episode von The Witcher 3. Blood and Wine. Nicht Whitehand. Das ist schon erledigt, die Nummer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mit ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dafür am besten ein Däumchen nach oben da lassen, damit ich weiß, dass es euch gefällt und ein Abo, damit ihr es nicht verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Bis dahin. Alles Gute und haut rein. Bye, bye.